13 Uhr bei den Top-Clubs der Premier League mit dürftiger Perspektive, mischen Jadon Sanko oder Reis Nelson die Bundesliga auf? Wer könnte ihnen folgen? Bei den Top-Clubs der Premier League mit dürftiger Perspektive auf regelmäßige Einsätze in nahe Zukunft, entschieden sich Jadon Sanko und Reis Nelson früh für einen Wechsel in die Bundesliga, vor allem im Falle des BVB-Shootingstars mit durchschlagendem Erfolg. Gould hat sich mal angeschaut, welche Talente von den Spitzen-Clubs der Insel Sanko und Nelson folgen könnten. Und es gibt einige.